Norddeutscher Rundfunk 2021 Es kommt mir vor, als wäre es gestern, als ich als 18-Jähriger hier oben ins Probetraining kam. 2011 konnte ich bei mir das erste Mal die zweite Liga spielen. Ich bekam die Chance, mich beim HCD hier oben zu zeigen. Und ein Jahr später, 2012, konnte ich meine erste Saison für Blaugeld spielen. Nun ist die Frage, wie effizient wird es sein. Es ist sehr effizient. Und sogar wie dem Topscorer des HCD Davos. Ich durfte mittlerweile an der Weltmeisterschaft bei Olympia spielen. Und in 2015 durfte ich mit dem HCD Schweizer Meister werden. Das werde ich nie mehr vergessen. Davos ist mein Zuhause, der HCD ist meine Familie. Darum konnte ich meinen Vertrag vorzeitig bis 2022 verlängern. Bis bald im Stadion. Ich freue mich, dass ich noch lange vor euch spielen darf. ... ... ... ... ... Vielen Dank.